moin und ganz ganz liebe grüße von mir ja ich war letzten sonntag mit meiner liebsten unterwegs im harz also es gibt endlich mal wieder ein wander video ich denke dieses wochenende habe ich das fertig geschnitten ich bin jetzt so dabei und wollte euch einfach schon mal ein paar impressionen vom harz zeigen also ich finde die gegend die landschaft die natur dort ist einfach krass genial schön vor allem die kombination von wasser und wald und bergen einfach herrlich ganz ganz fantastisch ich kann nur sagen bin absoluter fan vom harz und wie gesagt wander video kommt liebe liebe grüße sonnabend denke ich ist es soweit sonst spätestens sonntag früh bis denn macht's gut so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Moin und Marke